So, let's go. Verreckt mich hier nicht, Junge. Ja, ist schon anstrengend, ey. Na, Kollege, wenn ich hier 500 Grad DPS fahre, muss man es auch halten. Ja, Mann. Ich glaube nicht von ungefähr, da muss ich schon leider ein bisschen mehr drin stehen. Kannst du wiederbeleben, ja, ne? Ja, ja. Ach nee, ich wollte verbindlich sein, Mann. Ach, der ist ja voll live. Läuft doch, halbwegs. 1,9 Millionen hat da so viel Sammeln, ey. Verzehren, verschlingen. Die Zeit der Ernte ist gekommen. Auch die Sender. Werft diese hämmerliche Hütter ab und schließt euch uns an. Ich verschlinge eure Essenz. Warum muss ich hier laufen, Alter? Uraltes Elender haben wir. Erhebt euch und schließt euch uns an. Diese Energie ist zu stark. Gar keiner hat gefressen, außer ich. Was? Alles ist so. Okay, weiter. Jetzt, jetzt sehe ich. Die Dunkelheit ist verschwunden. Ach du, 32 GS. Entschalt die Scheiße. Ach du, 32 GS. Du hast ja noch nicht mal eine Flasche an, Hals, Junge. Nicht mal eine kleine für 30 Gold. Ja, ich weiß nicht, Junge. Ich ziehe euch an, aber dann deprimiere ich euch ja. Hab ich ja Bock drauf. Na, brauchen wir noch nicht für die Höhe, oder? Na ja, du bist eine kleine hier, die zu 30 Gold hat. Ja, die für 30 Gold, oder? Ja, mach ich nicht. Da muss ich nochmal richtig schuhen, oder? Pff. Das ist mir falsch. Aber ey, falsch. Männer. Die Eindringlinge sind hier. Lasst sie nicht passieren. Für Kalimdor. Äh. Scheiße, Leute. Der soll nicht Rambo sein. Nee, kannst du auch nicht für, wieder in der Scheiße stehen. So wie ich auch. Ups. Ja, wie so ein Säureboden. Ich hab auch nichts. Wenn ich laufen muss, kann ich dich nicht heilen. Keine Ahnung. Ach. Mit Taps. Na, ich. Der ist doch so lahm am Laufen. Ja, ich bin voll lahm am Laufen. Die Karten. Langsam zu Klassen laufen. Ja. Ja, ich bin voll. Ja, ich bin voll. Ne, ich bin voll. Fynn. ... 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 Der Pool, der Main-Devel-Membo, ey. Main-Devel-Low, ey. Hütet euch! Hütet euch! Hütet euch! Guck mal der Mensch, was hat der 880er GS, macht auch nicht so viel damage. Ne, dann ziehst du, dann zieht sich mal ab. Ich müsste eigentlich beim Trash richtig abgehen. Hütet euch! 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 Ja! Jude! Hm! Hüt' euch! Hüt' euch! Wird krank geschrieben oder? Ja.. Ich kann doch nicht so lang. Mhm Da hab ich gestern Abend, gib mir her Auf einmal warst du weg Letzend, ey Aber willst du machen? Scheiße, jetzt hab ich hier hinten einen Akku gezogen Dann komm zu uns Geht aber ein paar Leute, ganz gut hier Wir brauchen eh Prozente Mal mitnehmen hier alles Ich weiß nicht wie man hier auskommt Aber ne Ich hoffe ich krieg den Mage, was er mir geben kann Oh, ich krieg was fettes Das wär ja mal ein Tier Hast du den Timer noch für die drei Kisten? Oh, was ist jetzt passiert? Boah, ich weiß nicht wem ich heilen soll, Alter Ich hab den unterliegt Welchen Timer? Ja, ob ich ja drei Kisten krieg oder nicht Den hab ich, weil der ist weg auf einmal Ja, ja Die Steine weg Ja Marco, soll mal wieder zacken kommen hier mal? Ja, ist vorbei ja mal Er ist aus dem Alter aus Ja, aber mit dem Handy spielen oder was? Ja Ist doch voll gay Der wird alt und die Katja macht nochmal einen auf 18 oder was? Ja Hallo Vater tauch wieder, Junge Da wird wieder gezockt Wenn die wieder auf Münze landen sind oder was? Mhm Und da war eine wachsende Tee hier und Tee da Hm Hm Ja 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 Komm mal raus, Junge Ja Ja Nicht Akroziehen Und zack bin ich da, Junge Direkt Wo ist der denn oben schon? Ja Ja Dann Ja la Ich musst zuerst etwas anvisieren Okay, der Rauf. wieder lower body darfst du nicht noch mal kriegen der kann ja nix ne ja 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 Ich kann nicht verlieren Meine Felgen kommen auch bald Bad kommt bald Meine Felgen Was für deine Kombi oder was? Was hast du denn jetzt? Golf Kombi oder? Ne das war auch die Kombi Jetzt hast du wieder einen Golf oder was? Ja, Golf Sechster oder was? Siebster Ich habe bei den alten von Marco Aber läuft Aber läuft Guck mir doch mal diesen Soman Wie er das ist mit Capro Der ist so schnell Ich bin voll die fette Kanne an seiner Stillebahn Ich bin die Firma von der Captain laufen lassen Der hat die doch jetzt den OTT Der ist so fett Marco selber Der hat doch sein Kombi da Der ist auch noch nicht so alt Der ist auch eigentlich fett Wenn du überlegst was der früher hatte Sein Ford Escort Da Oder war das da? Hat er sich ja schon verbessert Okay Ich bin wirklich an den Server In meiner Ex-Frau und die Alte auch an den Server Ne Und dann? Nichts. Unterhaltet ihr euch nochmal? Ja, wenn wir uns sehen können. Ah, versteht ihr euch noch? Ja, warum auch nicht? Ich bin meinen Echsen auch allein. Glauben wir mal, die hat gerafft, dass die Fehler gemacht hat. Ach du Scheiße. Sonst würdest du dich auch nicht gut verstehen nachher, weißt du? Hm. Ach, das kann doch immer nur passieren, was soll. Kannst du mich aufheben? Zehntausend Jahre stehen euch nicht gut zu Gesicht. In drei Minuten. Wie in drei Minuten? Jetzt zu euch. Scheiße. Nein, was bin ich? Das ist... Bleib mal bei mir drei Minuten, die kriegen in drei Minuten. Elisana. Nein. Vergebt mir. Helden, ihr müsst ihn besiegen. Diese wertlosen Sterblichen soll der Legion trotzen. Seelen meiner Vorfahren. Eilen wir. Eilen wir. Helft unseren Champions. Oder? Zünde die Armee der Toten, Alter. Nicht so langsam. Ihr versteht nicht, womit ihr es zu tun habt, Sterbliche. Ja. Es ist so lahm, der Priester. Das ist zum Kotzen. Deiner auch, ne? Scheiße. Das ist zum Kotzen, ey. Wir haben kein Movement. Da durfte es jetzt nicht. Ne, der ist zu langsam. Der Digga ist absolut zu langsam. Priester auch, ey. Ich brauche Schuhe mit Speed, oder was, ey. Nicht so Hartz-IV-Latschen hier. Du warst der Einzelne, der mich auch für ihr im Konto. Könnte sein, dass ihr ihn aber schaffen, weil er kann ja eigentlich so nix. Kann auch nix. Der Parler kann ja wohl ein bisschen mitteilen. Ah, weißt du, ist nicht gestorben. Legt der schon. Na, aber leucht. Schlaft jetzt. Wir verstehen nicht, womit ihr es zu tun habt, Sterbliche. Oh, Magier ist tot, oder? Ich würde Eisblock machen an der Stelle. Ich würde Eisblock machen an der Stelle. Oh. Schlaft jetzt. Ja, Mann. Läuft. Ah, jetzt hab ich frag, Mann, weil ich war auch da. Ich hab plus vier an der Tarion Sword jetzt. Geist fein lassen, oder macht die das? Die tut jetzt nur ihren Kumpel aufheben. Der Junge hat der episch bekommen. Der Dings hier. Sag mal schnell. Der Dings hier. Die Stiefel. Ich hab gar nix bekommen. Oranges Ding hat der bekommen. Ja. Ich hab nix bekommen. Der hat orange Füße gekriegt. Braucht er der sogar? Was ist der Tank? Ja. Der nimmt schon eins an. Ne, der hat schon zwei. Hat die Magier schon gelootet? Ja. Na gut. Zwei Kisten ist besser als gar nix. Oh, dann können wir jetzt gehen. Oh, rein. Oh, rein. Oh, rein.